Moin Leute und herzlich Willkommen zum 27. Part des FUE-Helps. Ja, ähm, das Herz-Event läuft nicht mehr lange, wir müssen hustlen. Ich hatte nicht ganz so viel Zeit, die war heute auch noch gar nicht online. Mal sehen, erstmal gucken wir, was ist das hier, was gibt's hier grad? Ja, ok, vielleicht machen wir das nebenbei nochmal schnell. Aber erstmal müssen wir jetzt hier diese Quest hier um einiges weiter voranbringen. Denn wir wollen die Hauptgruppe kriegen und dann müssen wir hassen, jetzt erstmal. So, bei der Gildenexpedition. Äh, falsches Ding. Starten wir da, aber dann müssen wir sonst irgendwelche... Ok, 12.000 Vorräte, haben wir genug, Mist. Ok, ähm, ja, auf jeden Fall, gut, was machen wir dann erstmal? Gut, Gilden. Wir wollen das zu hören aktivieren, drei Sektoren. Dann filtrieren wir erstmal die drei Sektoren. Da machen wir das mal. Filtrieren. Infiltrieren. Ne, infiltrieren. Gut, sehr schön. Dann haben wir das schon mal. Gut, dann machen wir uns erstmal hier weiter. So. Gut, das brauchen wir dagegen. Perfekt. Perfekt. Oh, cool, voriges Passist. Sehr vorteilhaft. Ähm, ja, weiter geht's. Ich weiß gar nicht, wie lange diese Aufnahme gehen wird. Ich werde jetzt versuchen, so viele Quests wie möglich am Stück zu machen. Denn wir brauchen die jetzt dringend. Und ich wollte jetzt nicht so viele jetzt weitermachen. Ich denke mal, ich werde jetzt einige auch offline machen. Warte, damit ich halt nicht die ganze Zeit... Ja, damit ihr nichts von diesem Event mitbekommt. Das wollte ich halt nicht, denn... Wir haben sowieso schon viel offline gemacht. Und dann, ja... Das ist wenigstens so ein bisschen was da noch online machen. Okay, zack, zack. Ne, wir sind gleich schon auf dem nächsten Level. So müssen wir noch machen. Okay, noch. Konflikte lösen oder durch Kampf lösen? Die einfach nur Konflikte lösen. Das ist ein bisschen mit Kampf raus. Hm. Ja, natürlich... Entschuldigung, wenn ich mal ein bisschen geblödsinn labere oder sowas. Ich bin schon ein bisschen müde, deswegen... Ja, I'm sorry. Also, weiter geht's. Zack, zack, zack. Perfekt. Ich liebe diesen Verhandlungsassistenten. Ne, Kuss geht raus an die Leute vom FOI-Helfer. Oh. Sorry, ich hab nicht das ganze Bild drin, das tut mir leid. Ja. Ich hab jetzt keine Lust, das Aufnahmen nochmal neu zu starten. Oder beziehungsweise nochmal einen neuen Teil zu nehmen. Einfach. Ja, dann... Keine Ahnung, dann geht uns weder irgendwas schief und dann ist die Aufnahme wieder voll. Und dadurch hab ich keinen Bock. So, deswegen ist es jetzt... Ich hoffe, das stört sich nicht zu sehr und... Wir sammeln es jetzt erstmal ein. Okay. Das ist Vorräte bezahlen. Der Werner von uns für eine ausgeben. Okay. Okay. Fünf Minuten Dinge. Nehmen wir. So, was ist denn das hier, was die anderen zehn Vorsprungte kaufen? G500 der Fernseher ausgeben können wir. Ähm... Das ist ein bisschen viel, ne? Nehmen wir mal lieber das hier, das ist dann nicht ganz so teuer. Ja, ich war auch nicht so... Ich war jetzt länger auch nicht mehr richtig online einfach. Dadurch, dass ich im Moment ziemlich viel mit Schule zu tun habe. Deswegen muss ich auch jetzt mal gucken, wie es dann aussieht. Aha, gut. Ja, ich hab's ja da einige anfordert. Wie es jetzt damit aussieht. Nächsten Tage mit Videos hochlaufen. Und so weiter. Gerade lädt noch ein neues Video hoch. Mal sehen, wann ich das online stellen kann. Hier fünf Minuten Produktion machen. Gut. Zack. Ah, da haben wir noch ein Ding. Das wird nicht so lange. Aber wir können gleich mal schnell mal wieder bei den Ägypten vorbeischauen. Denn da war ich jetzt auch Ewigkeiten nicht mehr. Ich spiele hier grad eher so, ja, semi eher so mal hier einsammeln. Und... Ja, sollen wir mal schnell einrollen. Weil... Ja. Ist ja so, ja, hier, da mal halt. Wie grad eben gesagt. Was ist das hier eigentlich? So, ja, das hatte ich schon mal reingestellt. Damit... Weil irgendwann meine ich, kommt irgendwas mit Ding, Ding hier und dann. Hier schon mal haben. So. Mh... Nomme einen Beschleuniger. Oderweit haben wir genug Sachen, um hier was ein bisschen auszugeben. Ja. Ähh... Ah, nehmen wir einfach mal das hier. So, das hier. Den Beschleuniger für fünf Minuten, sechs Stunden. Ah ja, eine, fünf Minuten haben wir noch. Ja, komm. Sack perfekt. sind technology erforschen ist ziemlich gern neues zeitalter gehen aber wir haben nicht wirklich viel dafür deswegen 22 in die gillen kasse spenden wir haben auch ziemlich viele fortschritte das ist schon ein bisschen schade jetzt nicht irgendwie ja komm ich wird jetzt erst mal wenn ich halte es erst mal so und kundigst kassel und jetzt kann ich jetzt mal von jedem 70 ist mit 70 zack ja konnigst 70 zack was du 70 zack Da kamen wir 210, ich darf nochmal was rein, 80, ich darf auch nochmal 40 rein, perfekt, einsammeln und weiter geht's, so weiter, die müssen wir unbedingt laufen lassen, denn ich will diese Quest jetzt nebenbei auch noch fertig machen hier, ähm, von deinem Zeitalter, liebe Laura, Zeiteingüter von des Zeitalters errichten, ah, das sind solche Aufgaben, das nervt mich jetzt so, okay, deines Zeitalters errichten, nicht ein neuer Ding setzen, nein, dafür habe ich nicht genug, allerdings, vielleicht sind die noch nicht, die auch sind zu groß, ne, meines Zeitalters, die ich in der alten Zeit, ich habe schon die freigeschaltet und ich habe nicht genug Vorräte, das ist jetzt richtig belastend, Das ist jetzt richtig belastend, okay, hm, was haben wir denn sonst noch, haben wir hier irgendwas, ja, wir haben einen 6-Stunden-Beschränke, aber den will ich jetzt ungern einsetzen, einfach nur, Dinge zu bekommen, Dinger zu bekommen, hm, habe ich irgendwas drin, was ich, bauen könnte und, wo ich was bekommen würde, ja, bereiten wir jetzt nichts, hm, ja, ne, Leute, hm, ich denke mal, erstmal sammeln wir ein, ja, ihr seht, bei mir so ziemlich, okay auf dieser Welt aus, ne, ich bin hier meine Gelder, bla, ja, ich muss hier mal ein bisschen wieder, besser spielen, aktiver spielen, ich bin im Moment ziemlich inaktiv, das darf mich selbst ein bisschen, aber, kann man das tun, dann, tun wir das mal rein einfach, oh, das hier ist aber nicht, ziemlich, nicht so schwer, oh man ey, wurde das nicht meine Zeit als rekrutiert einfach, oder was, vom schönen Elker, okay, hm, ja, so, so, perfekt, hier meine Fortschritte reinhauen, um die restlichen einzuhalten, sehr schön, ja, ich hab noch so einen Siegelsturm da stehen, einfach, weil ich's kann, weil er da steht, hat keinen Grund, so, ähm, meine Fresse so oft, allerdings ist die Gelder in der Expedition hier wieder da, gut, ich hatte eigentlich was anderes vor, wollte, ähm, diese 24 Stunden Dinger machen, da das normale Schnellgang wieder erzielen, da ich allerdings nicht online kommen konnte, ja, sind wir schneller, und jetzt die Gelder in der Expedition wieder da, so, hm, ja, muss nehmen werden, ja, brauchen wir die Agenten, ja, nicht Agenten, sondern, Jäger, Jäger, machen wir jetzt hier die Quest zu Ende, ja, gehen wir nochmal rüber und stellen nochmal neue Produktionen rein, und dann, denke ich mal, beende ich auch die Folge, wir machen ein anderes Mal weiter, oder ich mach offline weiter, guck mal, wann ich wieder aufnehmen kann, denn, ich will dieses Event auf jeden Fall schaffen, das ist ein ziemliches Ziel von mir, ich will nicht wieder wie letztes Mal, wo ich dann ja Pause hatte, ähm, von YouTube, wo ich gezungenermaßen Pause machen musste, und dann hatte ich einfach so gefühlt gar nichts vom Event, und, ja, und da haben wir dann einfach ein bisschen die Motivation gefehlt, und, ja, auch noch ein bisschen Zeit, Zeit ging da eigentlich zur Zeit, aber, aber, jetzt muss ich vor, jetzt hat ich die Pokimäte gebraucht, egal, so, Milderheiten, ja, ok, das ist dann mal schnell mal ein, zack, so, das ist da jetzt noch aufgeploppt, ja, das mach ich, später, oder morgen, denke ich dann, leider, das ist jetzt schon ziemlich spät, so, machen wir das noch mal ein bisschen, jetzt können wir hier nochmal neue Produktion rein, zack, 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 zack ja gut damit was für diese folge sehen uns ich werde es jetzt offline weitermachen das event ja können wir noch schnell was machen ok dann damit tschau Leute tschau